ja und damit ein herzlich willkommen zu Outlast 2 demo ist für die Playstation 4 erschienen gestern oder vorgestern und jetzt werden wir mal die demo mal testen wie das so ist und das machen wir auch jetzt was war das denn so play demo welcome to the Outlast 2 demo ok das brauchen wir jetzt nicht zu lesen können einfach überspringen ja und noch mal damit ein herzlich willkommen zu Outlast 2 demo oh man jetzt bin ich mal gespannt was ist da los oh shit die fallen runter ah wir haben unsere Brille verloren ah ich sehe auch nichts mehr ah so jetzt haben wir unsere Brille sehr schön macht sauber oh schon besser was haben wir hier ah unsere Kamera welche Marke war das jetzt habe ich jetzt nicht gesehen ok wir sind verletzt ok so benutzen unsere kamera auf der linken Seite steht LR das ist unser laut Geräusch glaube ich ah ok ich muss mal kurz mal an den steuern gucken wie das ist also grafik sieht schon geil aus muss ich mal sagen nicht schlecht oh mein gott so machen wir mal ein bisschen lauter hier oh yeah mit x können wir jetzt hier springen ja das ist ja standard wir haben eine tür jemand zu hause hey macht die tür auf keiner zu hause ok hier haben wir auch ein fenster aber die haben mit gardiner da zugemacht was haben wir hier können wir hochklettern nee ok wahrscheinlich müssen wir da unten da ist ne Licht moment mal ja so kann man direkt nach hinten schauen das ist schon mal gut so oh mein gott ich hab Schiss oh 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 was ist das alter was haben wir hier ok mit 3 können wir unsere Batterie laden was haben wir hier Batterie nehmen wir mit sehr schön ok hier ist ne Leiche ey guck mal der Taschenlampe können wir das nicht nehmen ich glaub nicht schade oh mein gott jemand zuhause hallo schnell weg hier da geh ich nicht rein ha oh shit da war jemand und die liegen Puppen der sieht ja wie Tschacke aus haha ok oh mein gott da war jemand was machen wir jetzt ok alter ich glaub da braucht jemand Hilfe da braucht jemand und seine Hilfe ok ach du scheiße da ist jemand ach du scheiße der ist jetzt verschwunden oh das ist gar nicht gut das ist gar nicht gut äh ekelhaft okay hier können wir nicht rein was war das was war das ich höre das stimmen alter ach das ist das oh mein gott am besten schleichen alter nicht klopfen bist du behindert jetzt kommt einer mit kette oder mit achse alter ok hier können wir reinschleichen oh shit so wie ist das denn alter kenn ich nicht ah hier ist batterie sehr schön oh mein gott ist da jemand drin waren wir hier ich glaub hier waren wir ja so kurz mal batterie wechsel und dann geht's weiter was haben wir denn hier hier sind fotos das sind nur kinder fotos und die sind überall puppen wahrscheinlich sind die alle tot so gehen wir mal hier rein die open window wilde fenster ach du scheiße alter schwede da habe ich mich erschrocken hier man das spiel ist schon geil muss ich sagen und ich freue mich sehr auf den auf die vollversion stimmt da könnte man nicht rein was haben wir hier schon wieder dieser typ ich frage mich wer dieser typ ist genau fenster zumachen macht er auf hallo oh oh gar nicht gut ok gehen wir mal hier rein alter was war das jetzt kein weg also müssen wir hier oh shit oh shit oh shit diese hintergrundmusik da ist jemand wer ist da junge 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 ich glaube da beobachtet uns jemand oh shit was haben wir hier satanas imikaltei keine ahnung was das bedeuten soll aber nichts gutes aber nichts gutes oh shit so unsere letzte batterie glaube ich oh oh wir hätten da kommt was ne doch nicht ok hier ist ne buch können wir das lesen oder näher machen ok ach du gott hier wurden kinder getötet glaube ich so weiter geht's ach du scheiße hier sind überall kinder leichen schnell schnell weg schnell weg was geht denn jetzt ab hier Oh oh Ist da jemand? Oh nein Ich möchte nicht da reingucken Alter Komm friss mich Oh nein Wir müssen da rein Wir müssen da rein So liebe Freunde Ich werd mal sagen Wir gehen da rein Oh shit Oh mein Gott I get Was war das denn jetzt War das so ne Zunge oder was Ist ja voll ekelhaft Oh oh Was ist das? Es ist sehr laut Oh shit Ach du scheiße Wo sind wir denn jetzt? Schule? Was machen wir denn jetzt in Schule? Müssen wir jetzt hier lernen oder das? Nee Wie ist das? Wie ist das? Hallo? Ich bin schade Katholik school The way to circus 12. Dezember 1995 1996 Winterkonzert St. Ambrose St. Ambrose Chorale Corel Okay Kanada Mexiko 1992 192 Okay Hier haben wir zwei Türen Was steht hier? Englisch Na egal Kann man jetzt zoomen Kann man jetzt zoomen? Okay Jetzt abgeschlossen Dann müssen wir wohl hier rein Ach du scheiße Tür abgeschlossen Wo? Kommt da jemand? Kommt da jemand? Ich glaube nicht Alter da war jemand Oh oh Halt die Fresse und komm her Zeig dich Was war das? Was war das? Ich glaube mir 6 Uhr 25 Musikbox Guck mal hier steht was Halein I'm bored My comber Was still Talking about The Soldiers war Blah 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 Habs cem ihr tochter oder ihre frau ich schätze mal ihr tochter auch nicht schon wieder diese stimme zeigt sich alter wo unterwegs das was passiert jetzt ich komme nicht aus alter junge 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 schon wieder mich voll erschrocken ja oh man ich freue mich voll auf das spiel ich weiß jetzt nicht wann das genau rauskommt muss ich mal nachschauen schreibe ich mal unten im link und ihr könnt ja direkt in kommentar schreiben wenn das rauskommt was ist das ach man kann dadurch oh es schneit geil und da ist eine tür kann man bestimmt nach draußen gehen ok gehen wir mal weiter jämt Alta Junge, Junge, Junge Oh 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 Da hat sich jemand draufgehangen Ich möchte hier raus Das bringt auch nicht mehr Oh shit Was ist das? Alter, da sind mehrere Hände Geh weg, geh weg Musikklasse Wow Was nimmt mich los Wie komm ich jetzt hier auf einmal Oh oh Ach du Scheiße Ach du Scheiße Oh oh Das ist gar nicht gut Okay wir sind laut Wir sind laut Okay Immer langsame Weg Oh mein Gott Oh mein Gott Okay hier oben Hier oben Ach du Scheiße Ach du Scheiße Oh mein Gott Schnell weg, schnell weg Oh Oh Und schon wieder Pagale felon Oh 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 I get And there followed an angel King Babylon is fallen Is fallen That great city Because she made all nations drink the wine of the wrath of her fornication And the smoke of their torment ascends forever and ever And I looked, and though a lamb stood on the Mount Zion, prayed with a loud voice Fear God, give glory to him, for the hour of his judgment is come Toisk 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 mundo Toisk 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 Untertitelung des ZDF, 2020